Jo, und somit wieder herzbekommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Freunde, ich bin natürlich wieder alleine unterwegs und ja, wer mir nicht auf Instagram folgt oder die YouTube-Stories verpasst hat, ich mach das neue Dings dort bei YouTube-Stories auch. Mir geht's wieder mittlerweile gut. Ich hoffe, es bleibt auch so, man kennt's ja, ne? Mahl ist für einen Tag weg, nächsten Tag kommt halt alles wieder. Aber mir geht's jetzt gut und wir können auch loslegen, ne? Denn es hat sich einiges hier getan. Ihr seht ja, der Boden ist aus Stein, die Decke ist aus Stein, halbwegs. So, und dann hat sich noch was hier getan und zwar gehen wir mal kurz nach draußen. Ich stelle euch kurz erstmal alles vor. Also, Doidekoros hab ich mir geholt, nur zum Farmen. Enki hab ich mir geholt zum Farmen, ging ganz schnell. Die zwei Terezinos, die wir in der letzten Folge gesehen haben, sind beide hier. Der Rexy ist da, der Alo hat endlich einen Sattel bekommen. Ja, schönes Tierchen. Und da-da-da-da-da-da. Oh, scheiße, ihr habt's gesehen. Okay, der Magmarsaurus, er lebt. Ja, er hat's überlebt. Ich hab das auf Instagram gepostet. Hat circa sechs Stunden insgesamt gedauert. Ist schon heftig, saß bis fünf Uhr morgens dran. So, bei dem Spino hat sich etwas getan. Wir gehen mal kurz rein da. Er hat einen Sattel bekommen. Bedeutet, wir gehen auch mit dieser Folge, äh, in dieser Folge mit dem Los. Denn, ihr kennt ja diese X-Dinos, oder wie sie heißt, X, äh, die sind größer als normale. Gegen die werden wir kämpfen. Und dann hab ich noch was bemerkt, bevor wir hier zum Magmarsaurus gehen. Ähm, es hat mir schon mal welche in den Kommentaren reingeschrieben. Es wird grün hinten auf seinen... Na? Hinten. Hat etwas ausgeschieden. Ist aber nicht schlimm. So, der bekommt Büsche. Ich dachte vorher dran... Okay, man pusht sich zurück. Ähm, ich dachte, man kann hier vielleicht Bärenfarmen oder so weiter. Geht aber nicht. Finde ich aber... Ist cool gemacht. Schein, dass man hier die wirklich nicht abpflanzen kann. Aber, ja, benutzen werde ich ihn halt trotzdem nicht so, weil... Er ist ein bisschen zu langsam. Wir wollen auch diesmal wieder in den Ozean rein. Ich will mir einen Moser holen. Ja. Wird langsam Zeit. Wir müssen auch irgendwann mal den Boss klatschen. So. Magmarsaurus. Er ist da. Er saubert ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Wir können ihn aber leider nicht reiten. Aber... Kommst mal mit. Ach ja. Dem Reno geht's auch noch gut. Und... Ich habe noch zwei weitere Inkis geholt. Sehen irgendwie fast beide gleich aus. Naja, komm mit, Kleiner. Komm. Naja, Kleiner. Schaut euch mal an, wie riesig der... Stimmt. Wir haben ihn ja als Baby gesehen. So. Aber... Das hier ist er als Erwachsener. Hat, glaube ich, so fast die Größe wie ein Rockdrake. Bloß, dass er ein bisschen brachialer ausschaut. Vielleicht sogar einen Ticken größer. Sieht halt gut aus. Problem ist halt, mit Level 95 können wir ihn reiten. Also... Wird auf jeden Fall dauern. Pass mal auf, Kleiner. Ah. Wollte gerade sagen, will sich da jemand bewegen? Bitte gerade finden an. Ach. Los. Wow. Oh mein Gott. Wir können es jetzt richtig sehen. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich hoffe, er überlebt das auch. Aber er überlebt das. Oder? No, er verreckt. Hey, 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 hey. Wenn er jetzt tot ist, ich fress Besen, ey. Nein, der stirbt doch nicht gegen einen kleinen Affen, oder? Hey, hör auf. Affe, bitte. Eidexe, bitte. Warum? Ich glaube... Alter, wie schwach ist denn der? Ach so, er lebt auch noch. Oh Gott, ich habe schon überall an ihm Blut gesehen. Alter. Oh, der ist echt schwach. Du musst stärker werden. Ja, ja, ich seh ihn auf. Leute, ich habe gedacht, wir verlieren ihn jetzt. Ich dachte, wir verlieren ihn jetzt. Irgendwie... Alter, die wollen ihn töten. Leute, ich packe ihn ein. Ich packe ihn ein. Ich packe ihn ein. Ich habe Angst um ihn. Hä? Es geht nicht. Kriopod? Doch, doch, doch. Es geht. Es geht. Los, los, los. Komm rein. Komm rein. Alter, okay. Wir haben es geschafft. Los, wir leben da noch. Dodo oder was? Digga, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Wir haben alles ohne Kontrolle. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Alter, seid... Nein, es ist ein Pferd gewesen. Irgendwas läuft hier komisch, aber ganz gewaltig. Kleine Komma, ja, ja. Freunde, schau dich an, wie er schon am Zerbrechen ist. Ach, Sünde. Oh, ich wollte gerade sagen, ein Pferd ist da nur. Alles gut. Ey, aber man muss sagen, er hat übelst geile Attacken. Problem ist... Kleines Dreckspferd, ne? Du kleines Dreckspferd. Komm hierher. Kleine Feige Sau, Alter. Ich schwöre es dir. Okay, Kleiner, pass auf. Wir beide gehen zurück, ja? Komm mit, komm mit. So, Freunde. Dann ist die Zeit gekommen. Wir werden den Spino ausprobieren. Yes. Aber warte mal. Jetzt doch. Pass auf, da hast du einen Terry. Ähm, Terry, warte mal. Äh, wie viel hast du? Geht eigentlich. So, dann wollen wir doch mal gucken. Bigfoot, eh? Und fährt... Wehe, du gehst da rein. So, Bigfoot, Kleiner. 127. Gefällt mir. Gefällt mir. Hey, Terrizino. Ich muss mal ganz kurz was an dir ausprobieren, okay? So. Wie viel gibt er so ab? 85. Alles klar. Und so 127. Ja, moin. Terry, danke schön, danke schön fürs Training. Er braucht aber ein bisschen mehr Stamina. Ich würde sagen, fast 1000 würde eigentlich reichen. Wir könnten ja mit ihm losgehen. Das Problem ist, ich muss mal ganz kurz gucken, wo die Mission ist. Ah, guck mal. Das scheint es sein. Build, Fjord. Puff. Was ist das genau? So, bevor wir da mit dem Spino hingehen, werden wir erstmal mit Spygold hingehen und schauen, was die Mission so kann. Dieser Zugang. Er öffnet sich. Er öffnet sich. Ja, er öffnet sich. Dann öffne dich. Boah. Hä? Digga, was? Ja, ja, natürlich. Was soll ich denn machen ohne Munition? Leute, ich kann nicht nachladen oder so. Ich bin tot. Wo ist meine Spinne? Ich will meine Spinne wieder haben. Ey, Rino, hier, kannst du mal kurz hier, bitte? Thank you. Achso, die sind nur auf mich drauf. Ja, moin. Ich hab meine ganzen Sachen mit, ey. Ich hab meine ganzen. Ich werde gejagt von der Riesenarmee. Leute, ich werde gejagt von der Armee. Kannst du mal ganz kurz? Ja, natürlich, ja, natürlich. Darf ich ganz kurz meine Kante angucken? Warum sind die so schwach? Guck mal, ich hab... Oh, mein Gott. Oh. Leute, die schaffen wir noch easy hier. No. Alter, die machen alles kaputt. Ich brauch mehr Waffe. Ja. Ach, scheiße. Die prügeln mich hier windelweich. Ich brauch mehr Waffe. Ich brauch mehr Waffe hier. Da. Okay, komm, komm, komm. Safe, 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 safe. Alter, die können alles zerstören. What the fuck? Nee, das ist übertrieben. Alter. Lasst mich doch. Yo. Warum sagt mir keiner, dass ich so stark bin mit einer Axt? Komm her, komm her. Bahnjunge, getötet. Gib mir schön Fleisch hier. Gib mir schön Fleisch. Leute, wir haben es geschafft. Oh Gott, jetzt kommt Mammut und so weiter. Wir müssen jetzt kurz was essen. Komm, 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 komm. Schafft man, schafft man. Easy. No, wo ist die Axt? Hä? Ich will die Axt, Digga. Die hat die Axt einfach weggelegt. Höh. Ich will eine neue. Alter Schwede, da unten bin ich doch nur lo. Leute, das können wir easy schaffen alleine. Easy peasy. Aber ich bin nackt. Wir brauchen eine Rüstung. Komm her, du trägst schon. Her, komm, her, komm. Nee, das schaff ich nicht. Äh, äh. Das hat, das hat den Ticken zu schlecht gemacht. Ich konnte mit den Waffen nicht schießen. Ja, halt die Guschen, Mädchen. Ah, Freunde, nicht wundern, falls sich meine Energie und so weiter geändert hat. Ähm, irgendwas hat sich auf den Server geändert. Das jetzt, äh, pass auf. Ich geb mal jetzt ein auf Energie. Hat jetzt 980 bekommen. Ich hab alles schon umgestellt. Weil ich will alles auf Standard haben. Ich hab's nochmal umgestellt. Es stellt sich die ganze Zeit hin und her. Hat mich abgefuckt. Hatte keinen Bock mehr zu gucken. Wie gesagt, ich hab nichts davon eingestellt. Hab's wieder weggemacht. Es stellt sich von alleine um. In Expertenmodus. Keine Ahnung, warum. I don't know. So, wir müssen irgendwie unsere Leiche kriegen. Und da gucken wir mal, wo unsere Spinne ist. Sollen wir sehen. Bam. Bam. Okay. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Aber, so, aber, wo ist unser Spider-Man? Sie ist nicht tot. Sie lebt noch. Freunde, ich crafte mir jetzt gerade eine Metallrüstung, damit ich gleich besser aufgestellt bin. Auf jeden Fall, schreibt mal unten in die Kommentare, was ist mit meiner Spinne passiert. Ich werde mir natürlich auch die Aufnahme angucken, aber wo ist sie hin? Ich hab sie nicht mehr gefunden, ey. Scheiße. Meine Spinne? Oh, ist das mein Inventar? Hä? Moin, moin. Wie geht's, wie steht's? Ey, aber diese Mission, diese Dino-Armee, die müssen wir irgendwie schaffen, ey. Irgendwie. Da wollen wir doch mal runter und gucken, ob wir einen Moser finden. Aber werden wir auf jeden Fall. Oh, da sitzt er. 7.000 Turpur. Hier, 4.000. Den könnten wir schnappen, aber der ist so low. 7.000, ey. Shit. Warte, damit können wir ja nicht schießen, wa? Er bleibt gerade fest. Er steckt gerade fest. So, warte mal. Hör doch mal ruhig jetzt. Ruhig, Mädchen. Er bekommt davon, äh, 50 circa. Oh mein Gott. Ne. Leute, lass uns erstmal einen Megalodon besorgen. Das scheint ein bisschen einfacher zu sein. Oh, Level 30. Moin. Du, du, du kannst ruhig gerne mitkommen. So, Kollege. Wir müssen dich jetzt ganz kurz mal testen, ne? Also eine Probe. Wir schießen ihn kurz mal mit zwei Pfeilen ab. So, wir gucken. Wie viel Turbo kriegst du davon? Okay. Du, du wirst easy sein. Aber pass auf. An dich werde ich jetzt gleich meine Rival benutzen, okay? So, mein Gewehr braucht jetzt, äh, ein bisschen. Warte mal. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann könnte ich ja jetzt von hier aus. Megalodon, bitte komm. Hi. Ja, da bin ich getroffen. Und noch einmal. Ja, nice. So, warte mal. Wie viel hat er denn? Oha. Ey, damit geht's richtig schnell. Problem ist, wir sind wieder unten. Waka, waka, waka. Aber du entkommst mir nicht. Ich brauch dich. Der wär auch gut zum, äh, Moser-Ziem da. Wir brauchen ihn. Bleib doch bitte mal stehen. Bitte. Aber er hört einfach nicht. Er ist gleich down. Er ist gleich down. Oh, warte. Wir gehen kurz einmal nach oben. So, Baby. Das da unten bist du, wa? Ich seh dich doch. Ich seh dich doch. Ja, das ist er. Der hat ja so komische blaue Flecken oben. Und er ist down. Warte. Oh, er ist down. Moin, Mist. Ich brauch jetzt das gute Fleisch. Äh, wir brauchen Salmons. Ich seh aber keine. Oh, bitte keine Brüder. Oh, Level 43. Bist du ein Male? Ja, ich jetzt... Boah, der dunkle ist ja geil. Boah, der dunkle ist ja geil. Ha, eventuell den linken nehme ich mit. Du kommst mit, kleiner. Der, der wunderschöne dunkle kann leider nicht mitkommen, weil der zu schwach ist. Aber, ich will ihn aber auch haben irgendwie. Der sieht cool aus. Wir nehmen alle mit. Ah, ich kann gleich nicht mehr atmen. Schnell nach oben. Kollege, Kollege, warum? Du kannst dich auch bewegen, hey. Hat dein Freund dich alleine gelassen? Sieht so aus, ne? Sünde. Ja, ja, ich nehme mich mit nach Hause. Dann bist du ja nicht mehr ganz alleine. Das glaube ich nicht. Ich will einen zu Hause geben. Naja, zu Hause, äh, im, äh, Wintergebiet. Ja, wo packen wir die hier hin? Das wird ein bisschen schwierig. Ja, 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 ja. Wir haben dich ja gleich. Wir haben dich gleich. Komm, leg dich hin jetzt. Sofort. Jetzt. Schöner Junge. So, warte mal. Okay, sieht alles doch gut aus. Wir brauchen jetzt Simons. Salmon, Salmon. Ach, guck mal, er frisst mich schon wieder. Naja, das... Ach so, er hat gar kein Fleisch mehr in sich. Ja, moin. Spygirl? Ist sie gerade ertrunken? No way. Warum kann ich denn eigentlich auch so lange atmen? Warum sie nicht? Äh, da, da sind die Haie. Hier, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, äh, ja. Hallo, hi. Könnten Sie bitte mal aufstehen? Ich brauche Sie. Thank you. Und wie viel isst du? Ja, guck mal, easy. Dann nehmen wir die beiden jetzt mit. Wir können ja länger als unsere Spinne hier unten atmen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob... Das ist hier Sauerstoffer. I don't know. Komm her, Baby, komm. Ne, 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 ne. Bleib mal hier, bleib mal hier. Ich weiß nicht, du, dich werde ich jetzt mitnehmen. Level 16, komm. Das ist aber ein bisschen aggressiv. Aber ich will mit mir schwimmen. Warte mal, geht dein Taming via runter? Lol. Guck mal, du kleines Drecksich. Ich fütter ihn und töte ihn. Wir machen beides. Mal gucken, wir haben hier jetzt eine Schaden hinzugefügt. Ach du Drecksau. Ne, Freunde, wir müssen jetzt weg hier. Okay, wir müssen jetzt weg. Ne. Ansonsten sterben wir noch. Ist unser. Warte, dann ist... Oh, Baby. Oh, Baby. Du kommst mal schön in meinen Ball rein. Komm rein, Nick, komm. Den nehmen wir jetzt mit, weil der der Steckere ist. So, komm her hier. Und du, Kleiner. Ja, ich hätte einen Sattel mitnehmen sollen, ne. Was mache ich denn mit dir? So, ich glaube, genau hier geradeaus ist ein Spawnpunkt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir tun aber dahin. Hier her, komm. Genau. So. Da bleibst du jetzt erstmal. Und ich hole mal kurz. Oh Gott. Schaffst du es, Baby? 55, schafft er. Ich glaube an ihn. Alter, geht der ab? Warum ist ein Megalodon so schnell? Ich glaube, unser Megalodon wird sterben. Warte, ich habe einen anderen Plan. Schwimm mal dahin, Baby. Dahin, Junge. Genau, schwimm dahin. Okay, hübscher, komm mit. Hübscher, komm mit. Komm, Baby. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sollst du hier hinkommen? Let's go, let's go, Baby. Komm her. Ah, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er hat endlich verstanden, Mann. Junge, was eine Geburt. So, komm hier her. Komm, das ist unser Versteck, Megalodon. Okay. So, pass auf. Wir holen kurz mal einen Sattel. Ist doch ein bisschen weiter weg. Ähm, ja. Dann werden wir unseren neuen Megalodon, den besseren, benutzen. Bam. So, komm mal, Kleiner. Ich habe einen Sattel für dich. Ich hoffe, du bist nicht krank. Aber er scheint nicht so zu sein. Oh, yes. So, wie viel gibt es ab? Okay, jetzt ist er noch schwach. Jetzt noch. Das wird sich ganz schnell ändern. Wir müssen aber ganz kurz zum anderen hin. Ja. Okay, er ist da. So, pass auf. Dann tauschen wir wieder. Und zwar, der hier, bevor er stirbt. Sattel er ja. Essen er ja. Das bekommt der hier. So, und den tun wir wieder hier rein. So, nice. Und wir beide, wir gehen kurz auf Mission. So, Freunde. Wir machen. Tauche tief, um gegen Morda, die Meister-KI des Ozeans zu kämpfen. Es ist schon der Boss. Wir machen kleinen Absticher. Aber nur einen ganz kleinen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich hier drauf jetzt eine Kiste baue und hier werde ich meine Sachen verfrachten, damit wir später nichts verlieren. Weil ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir bei diesem komischen Dude sind. Okay. Das sind wir aufgestellt. Meine Handschuhe habe ich leider rausgeschmissen. Naja, egal. Finde ich nicht mehr wieder. Okay, Freunde. Dann auf, auf zum Boss. Ich will ihn nur testen. Ich will ihn nur mal kurz herausfordern. Mehr will ich nicht machen. Okay. Oh, der kann aber nicht so groß sein, wenn er hier drin erscheinen wird. Ja. Megalodon, ich mache mal ganz kurz, ja? Äh, bitteschön. Die Master AA dieses Bions ist noch immer aktiv. In Form eines gigantischen Aals namens Möder. Möder, der in den tiefsten Tiefen lebt. Wenn du Möder besiegst, beweist du, dass du den Ozean bewältigt hast. Mache ich. Mit meinen, mit meinen schwächsten Megalodon. Leute, wir schaffen das. Wir werden gerade aber voll angegriffen. Das ist aber ein bisschen kacke. Das ist er? Nee, oder? Oh. Wenn wir die Jungen töten, werden wir Wollmöders Aufmerksamkeit geregen. What? Ach, du heilige Kacke. Haha, töten wir doch mal seine Kinder. Keine Probleme habe ich damit. So, warte mal. Aber... Ey, warte. Ey, die Kinder sehen ja hübsch aus. Pass auf, die Kinder machen... Ey, der hat ja mehrere Kinder. Ne, gegen die Kinder haben wir ja gerade. Ja, ich glaube, der pulverisiert. Ja, es sind wie alle. Oh mein Gott. Gut zu wissen, zu wissen, nächste Mal. So, Kleiner, wir gehen kurz hier ins Nest rein, ja? Alles klar. Wir brauchen eine Scuba, wenn wir hier reingehen. Und wir brauchen dann, äh... Ja, stärkere, äh, Dinos. Weil mit denen kann man das komplett knicken. Aber ich glaube, so sieht der aus. Bloß in groß. Also der andere. Einen kriegen wir vielleicht drohen. Hey, Kollege, sag mal, deine Kinder sollen mal aufhören. Nee. Okay, der sieht geil aus. Man kann nicht weiter... Ah doch, ich wollte gerade sagen. Weißt du auch? Nee, man kann also nicht zu... Heilige Kacke. Wie groß bin ich denn gegen ihn? Leute, willkommen bei den neuen Titans. Attack on Titan. Okay, Blasen gibt es hier auch anscheinend nicht. Schade. Schade. Du kleiner Affe. Du wirst der Erste sein, der verreckt jetzt von seinen Kindern. Viel Spaß in der Hölle. Ah, ich glaube, ich gehe in die Hölle. Leute, hier muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich will nicht verlieren. Und ich verliere Sauerstoff. Ich kann gleich nicht mehr richtig atmen. Ich will raus hier. Hilfe, lass mich raus. Ei. Da ist Licht. Megalodon, es tut mir leid. Habe ich kein Dings mehr mit. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Freunde, ich sterbe mit meinem Megalodon. Sünde. Schauen wir doch mal einmal die Visage von diesen Dreckschichern an. Das war's von uns. Ich glaube, ich werde mal für die nächste Folge, werde ich das so vorbereiten, ne? Dass Gary und ich uns locker einen Mosasaurus herholen können. Denn wir brauchen mehr davon. Die Kosten zwar nur einen ganz kleinen Ticken, bisschen mehr als die Narkotikpfeile. Aber sollte alles machbar sein. Und ich brauche wieder eine neue Spinne. Naja, Freunde. Auf jeden Fall war's hier von der weiteren Folge Arc. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Kommi und Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.